Wir sind gerade aus dem ersten Dungeon zurückgekommen mit unglaublich viel Stress. Die Taverna ist jetzt nicht weg. Äh, nein, Moment, wo war's denn jetzt? Stress-Relief kann ich jetzt in der Taverna kommen. Frische Kegs, Karten und Körten-Räume besprechen Solace an die wehrenden und wehrenden. Ähm, wenn ich einen Helden eine Aktivität zuweise, ist der bis zur nächsten Woche dieser Aktivität zugewiesen und muss ihm einen anderen benutzen, um in den Dungeon zu gehen, okay. Bar, Gambling-Hall, ähm, Brother, Pleasure of Flash, okay, okay, das hier ist es, ähm, mir fällt gerade nicht ein, der Puff, aber ich sehe, das ist die Bar. Ach komm, Rotfeder, du gehst mal einen trinken, so wie ich dich kenne. Warte mal, ich muss mal was anderes gucken. Und zwar Stagecoach, kann ich hier neue Helden? Oh! Auf jeden Fall, ich werde alle drei nehmen, denke ich mal. Dieser Mann versteht, dass Schwierigkeit und Existenz sind alle eins und die gleiche. Seeker Lieber. Aber mir ist zwei Speed Light, genau. Scouting Chance. Was hat der? Bunker. Er kann 20% heilen und hat ein Drittel Chance Blutung zu stoppen. Er kann den, oh. Er kann den Stress auf sich selbst um 20% reduzieren und Genauigkeit geben. Und er kann sich selbst 20% Schaden machen, dafür hat er 50% Chance jeweils den Stress bei anderen um 20 und um 15 zu reduzieren. Das kann er in einem Kampf. Der ist auch ein Frontkämpfer. Er kann sich selbst um 4 HP heilen. Er kann sich, er kann jemanden zurückstoßen. Job. Crit Modifikator 2%. Plus 40% Schaden, minus 10% Genauigkeit. Also das ist, okay, das ist sozusagen Vorbereitung, das ist der Angriff, den er hat. Okay. Wie nennen wir den denn mal? Ähm. Ich mach die nochmal Dark Noir, das ist einer von den anderen nix. So, hier haben wir noch einer von den Heilerinnen mit den gleichen Skills. Nein, hier mit anderen Skills, was die Camping Skills angeht. Prey. Sanctuary. Hmmm. Das ist halt ein Lilith. Viele Frauen hab ich leider nicht, und das ist so ne Art, ja. Böser Joker sag ich mal. Ah, Sex? Ne. So, den solltet ihr ja auch kennen. Wer meinen Kanal ist dann länger verfolgt, was kann der denn? Forward 3, Accuracy Based, 80, Krhythmik von 2, Haust, okay, kann Blutung verursachen, was kann das, kann auch ne Blutung verursachen, ist halt Anthropos, okay, das ist ne AOE, das wirkt glaub ich auf 2 Gegner, Battle Ballad, 1% Crit, okay, das ist so ein bisschen Bauer, das, und er glaubt, dass er von Dämonen besetzt ist, oh man, so, ich hab jetzt hier 3, also ich, so, I need respites, so, Abbey, Peace from Meditation, Trade to a higher power, brings Absolution, so, die kann ich auf jeden Fall ersetzen, dann kann sie, wend mal, was war ihrs, Manic for Money, oh Gott, Warrior of Light, plus 10% Damage, leidet bei 75, ah, okay, I'm your servant, dann darf sie, okay, das machen, das kann ich ihnen hier auch, increase stress recovery, increase stress recovery, ach so, hier war's, okay, logisch, kann ich ihn mal vielleicht so machen, das kann ich nicht, der darf auch nicht spielen, okay, Quick Tor, Slayer of Beast, Quick Reflexes, der hat schon ordentlich hier, Standard, Resistenz, Class Bonuses, Bandit Sense, oh nee, it's like it to be surprised, onto next camp, more like it to be surprised, monster onto next camp, okay, also die 3 muss ich sozusagen mal schicken, Taverna, ähm, komm, Rotfiel, du brauchst trinken gehen, mit Parched Zone, so, und Guppi, du gehst wahrscheinlich auch, keine Complete Requests, Complete Requests, Complete Requests, schade, Stress Relief, dann darf Guppi noch meditieren, denke ich, oder, ah komm, meditier mal, so, jetzt hab ich noch 4 Leute übrig, Stagecoach, empfehlen mir Sachen, kann ich sowieso nix upgraden, Taverna, kann ich aber upgraden, und dann, increase stress recovery, all manner of diversion and dalliance await those, who cross the threshold with coin in hand, so, das kann ich nicht mehr machen, muss ich mal so sagen, embark, so, clear pot the boss, progress 0%, okay, scouts skirmish, test in the madriam of your four and take note of how the creature have taken over, but don't delve too far, okay, unholy you have crashed together, and the world explore, you enter this room as far as you are, okay, ich muss hier so weit kommen, short, short, explode 1% of rooms, okay, complete 100% of room battles, ah, deswegen, deswegen muss ich bloß den letzten Kampf eigentlich machen, so, explode 90% of rooms, explode 90% of rooms, read 100% of room battles, okay, die anderen darf ich eh nicht rein, so, du bist da, von wo aus wirst du kämpfen, auch deinen ersten 2, dann kommst du da hin, ich hätte jetzt am liebsten der dritte, bei dir aber auch, erstens 2, nur erstens 2, aber du magst den vierten auch ganz okay, dann mach es so, ähm, diese Quest ist nicht wert, Camping, hier müssen wir campen einmal während dieser Quest, hm, Provision, achso, dementsprechend darf ich das, okay, den Skeleton Key hätte mir irgendwie schenken können damals, Bandagen, das freu ich auf jeden Fall, davon freu ich viel mehr als, eher so viel ungefähr, Fear and Restore Purity, Fackeln, und ich auch mal ein bisschen mehr mitnehmen lieber, medical herbs, diseases, melodies, blight poison and toxins, hm, Embark Warte ich nicht mal, dass die jetzt die mal schaffen, 90% der Räume zu erkunden, ich will einfach, darkness bear mich, bringe, okay, ich soll es mal packen, ah, ich muss erst mal dahin gehen, wenn ich 90% der Räume erkunden soll, ne, weil ich mich mit Stress bekomme, und schon jetzt kann ich eine Fackel zünden, Pack contains Loot, okay, take all, hm, schon mal nix, move to this room, tup 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 tup, warum, weil ich denn so schnell an Helligkeit, das ist schrecklich, das geht echt super schnell runter, die Helligkeit, meine Fresse, unburned torch, take all, Hunger, eat, jetzt hat schon Hunger, hab mir gar nichts richtig gemacht, hab mir jetzt schon Hunger, jetzt ist es schon wieder auf 60, Kampf, dann gehe ich da hin, ich muss nur über den Kämpfen, brauche ich nicht, wenn ich nicht muss, Jungs, ehrlich, die facken sich denn hier verfeuern, ich glaube, ich kann das nicht komplett auf, auf Maximum halten, Kampf, Kampf, da ich dort sowieso noch hin muss, führ ich jetzt mal hier hoch, hier zumindest vor dem Kampf gerne, das ist alles, Dankeschön, Dankeschön, der Sling Light, oh, mit einem Schlag töten wahrscheinlich, Aua, ja, der ist ja unglaublich schlecht im Treffen, kann so sein, da nur ab, deswegen kann ich auch direkt so töten, haa, ah, er hatte schon auch, gibt die eben mehr Genauigkeit, ah, gibt ein Genauigkeiten, das ist natürlich geil, Nop. 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 Ich muss mich verarschen, wie viel Deutsches gibt es denn jetzt gerade, meine Güte. Ein Held heilt sich selbst, okay. Lass mal einfach den. Na, also ein paar die hier, na gut. Au. Auuu. Confidence surges, as the enemy crumbles. So. Dirt Step. Oh, da geht er nach vorne. Oh. Oh, okay. Okay, die hat keine, die hat nur ein Party hier. Nicht so gut. Die hat keinen, keinen erhöhten Einzelheal. Take on. Das sieht nach was Ungefährlichem aus. So, ich würde gerne mal wieder mit dem move'n und der moved mit dem und dann haben wir das wieder. Nichts mehr gefunden. Schade. Kann ich irgendwie Scouting? Ich bin doch hier. Oh, shit. Das hört mir hinter ihm laufen. Ehrlich, Jungs. Hier reads the most unsettling. Oh, shit. Äh, ich brauche mal kurz. Wacke. Hat der mal was richtig schlechtes gelesen? Ich find something to kill. Oh. Unsurprised. Uh oh. Bleah. Na, sehr gut. Glück ausgewiesen. Nicht gut. Stun. Mocked. There's Moonlight. Dodge. Aha. Ah. Nein. Muss auch noch die Stun. Oh, was ist's. Beides in gedeutscht. Oh, nein. Der Match mal die Karte. Ah, okay. Knockback 1. Hatte mir das irgendwas hilft. Oh. 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 Das war... Einsparen. Jetzt ist wieder den nächsten gewebbt. Sind die überall markiert, oder was? Au. Schicks Schaden. Ich hab doch... Spandagen. Ach, Bleeding ist es bloß. Und getotcht. Der ist halt echt den schlechten. Ein schlechtes Ziel. Exekutiert mit Impunität. Resist. Sehr gut. Der Resist war wichtig. Als der Fiend falle, eine fehlte Hoffnung blöse. Holy Water und eine Schafe. So, und wir fangen mit dem. Was kann ich mit dem Heiligen Wasser eigentlich machen? Das würde mich noch mal interessieren. Und scheint bis jetzt noch gar nix. Hm. Hier ist nix. Ich kann... Darf ich hier hinten hingehen? Bloß den Loot holen. Das ist ein Map Pack inside. Scouting. Ah, interessant. Jetzt geh ich zurück. Ich muss ja nicht unbedingt kämpfen. Nein, ich will zurück. Ich will da wieder hoch. Genau da rein. Dankeschön. Dann geh ich da hin. Dann mach ich mal hier wieder Licht an. Dass ich nur einen leichten Stress krieg. Der hat schon den Quatsch gelesen. So. So. Geh hier hin. Der hat ja 50 runter. Meine Güte. Ah. Whistles. Der contains Loot. Also wahrscheinlich immer ein Kleptomane wieder, oder was? Das hat sich... Der... ... das hat sich geschnappt. So. Kannst du... Das was? Ne, kannst du nicht. Anciente Trappe liegen in der Höhe. Unbeschrungen und fangen für Blut. Die sind ja nicht gut im Fallen und Entschärfen. Ich muss die Schaufel anklicken, ich bin ein Trottel. Nicht Genuss, danke schön, der Facke mehr kann ich immer gebrauchen. Jetzt habe ich schon mal meine Mission erfüllt, ich könnte aber hier noch den Loot mitnehmen. Schreck auf Cux. Reading and Lasting Effect on the Hero, Curses, na super. So ein bisschen Loot, also man sollte echt nicht zu gierig sein, glaube ich. Das ist nicht so gut. Und da werde ich wahrscheinlich zum Boss kommen, deswegen, nö, ich bin fertig. Die großen Ruins gehören zu uns. Und wir finden, welche Geheimnisse sie haben. Ja, bisschen Gold bekommen. So, der bekommt jetzt... Toll. Wenn der zu hell ist, hat er weniger Stressresistenz, na super. Klatsch-Hitter. Wenn er wenig Leben hat, bekommt er mehr Crit, das ist ziemlich geil. Der glaubt schon daran, von Dämonen besessen zu sein, jetzt glaubt er auch noch an Geister und allem möglichen Scheiß. Oh, geil. Aber hat 20% Stressresistenz dafür bekommen. Wenn er in der Variance ist. Creeping Cuff. Ah, okay. Ähm, die hat also Husten. Hat aber weniger Armour-Upgrade-Cost. Na super. Das lief ja nicht so richtig toll. Würde ich mal sagen. Wer auch nie meditat für Stressrelief. Also er macht nur noch Meditation. Na, herrlich. Das wollte ich doch schon immer hören. Blacksmith und Guilden nun unlocked. Sehr gut. Defeats Apprentice Necromancer. Ich hab hier noch alle. Ich würd sagen, das war's für Folge 2. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.